So meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute wieder mal mit einem Tutorial, das ihr vielleicht nicht so erwartet habt. Und zwar letztes Mal haben wir hier diesen ganzen Code geschrieben, um die Fourier-Transformation zu machen, um die Powerframes zu berechnen, um die ganzen Fenster und so weiter zu berechnen. All das war schon relativ krasser Code. Und ich bin der Meinung, ihr könnt jetzt von selbst wirklich hergehen und den ganzen Kram fertig schreiben. Aber, und das ist jetzt ein fettes Aber, ihr müsst das nicht. Denn, also ich wollte damit quasi illustrieren, was man damit so machen möchte. Ich habe gesagt, wir machen noch Mail-Frequencies, das machen wir heute auch noch. Denn es gibt eine Library, die macht das sehr, sehr schnell für euch. Und ja, mit Mail-Frequencies, die braucht man in der Praxis sowieso relativ selten, wenn man wirklich Signalverarbeitung macht. Aber man braucht sie halt hin und wieder, wenn man zum Beispiel Audio für Machine Learning oder sowas fertig macht. Und deswegen habe ich euch das gezeigt. Ich will da natürlich auch noch den Code liefern, aber eben nicht selbst berechnet, sondern ich will euch die Library zeigen, die alles quasi auf einmal hat. So, das Ding nennt sich Librosa. Ich habe hier schon mal eine Datei erstellt, die nennt sich jetzt Audio Librosa. Und ihr habt quasi eine Voraussetzung, ihr müsst natürlich Librosa installieren. Pip install Librosa. Ups, Rosa. So, eine wichtige Sache, das ist jetzt aktuell nur so. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht in Zukunft gefixt wird. Aber heute, am 9. Juli 2020, haben wir eventuell ein Problem mit Librosa. Und zwar müsst ihr deswegen hier, also es wird die falsche Version von Numba installiert. Numba ab Version 0.5 unterstützt zum Beispiel eine wichtige Funktion von Librosa nicht mehr. Und deswegen müsst ihr hier tatsächlich Pip installen, Numba gleich gleich 0.48, damit ihr die Version 0.48 installiert, auch noch zusätzlich machen. Also zuerst Librosa installieren, dann Numba 0.48 installieren und dann sollte es bei euch funktionieren. Probiert es aber bitte erst mal aus, wenn ihr nur Librosa installiert habt. Wenn ihr dann Numba, wenn ihr einen Fehler mit Numba bekommt, dann wisst ihr, woran es liegt. Und dann könnt ihr da dann dagegen vorgehen, indem ihr die Version 0.48 installiert. Aber wie gesagt, probiert es zuerst aus. Vielleicht wird das bald gefixt. Der Fehler ist jetzt halt gerade akut. Und ja, deswegen muss ich es euch einfach zeigen oder sagen, weil es könnte ja irgendwas nicht funktionieren. So, jetzt machen wir quasi alles im Schnelldurchlauf, was wir letztes Mal gemacht haben. Und zwar, wir erstellen uns eine Datei. Die nennt sich immer noch Recording.Wave. Die haben wir in den vorigen Videos aufgenommen. Dann erstellen wir uns einmal Daten und einmal die Sample Rate. Ich kürze das jetzt hier ab mit SR, weil es auch in der Librosa mit SR abgekürzt wird. Dann sagen wir hier Librosa.load. Und dann sagen wir hier natürlich die File. Anschließend sagen wir Data und Bodenstrich ist gleich Librosa.effects. Und wir trimmen das Ganze. Wir trimmen die Data direkt am Anfang, weil das Trimmen sorgt dafür, dass wir quasi die unnötige Zeit nicht drin haben. Das ist relativ angenehm. Anschließend gehen wir schon her und ja, wir brauchen noch NumPy hier. Import NumPy. Ganz drumherum kommen wir dann doch nicht. Und wir brauchen vor allem noch Matplotlib. An NumPy importieren wir als NP dieses Mal. Und Matplotlib als .pyplot brauchen wir als PLT. Das ist so die Standardabkürzung. Das macht man eigentlich fast immer so. Und ja, jetzt gehen wir wirklich hier her und sagen N ist gleich 1000. Was hatten wir das letzte Mal? 1102, glaube ich. Egal, wir machen jetzt 1024. 1024 ist so, damit wir quasi angucken können oder damit wir wissen, wie viele Fourier-Kurven wir sozusagen haben. Anschließend sagen wir, okay, wir wollen... Ah, und lasst uns vielleicht hier nochmal ganz kurz in die Daten reingucken, damit ihr seht, was dabei genau rauskommt. Na komm. So, wir sehen hier, die Daten sind eigentlich auch einfach nur so da. Nur, dass es halt in diesem Fall wirklich nur ein eindimensionales Array ist. Und das ist im Endeffekt wie unsere Dirac-Stöße auch. Also, daran hat sich jetzt nicht wirklich irgendwas geändert. Das ist immer noch ziemlich gleich. So, jetzt lassen wir Librosa einfach mal eine Short-Time-Fourier-Transformation machen. Es ist STFT. Und die funktioniert ein kleines bisschen anders wie die Fast-Fourier-Transformation. Sondern die Short-Time-Fourier-Transformation ist eigentlich relativ angenehm. Und wir sehen hier tatsächlich schon einige Informationen hier oben. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Wir haben die Data als Y. Und zwar wollen wir die ganzen Daten. Ich glaube, wir wollen nicht die ganzen Daten. Wir wollen nämlich nur bis hin zu N. Dann sehen wir hier NFFT ist gleich 2048. Hier geben wir selbstverständlich an, dass N gleich N ist sozusagen. Also NFFT soll N sein. Die Hop-Länge, also wie weit wir springen, ist quasi als Standard-Nun. Und wir können das auch tatsächlich so lassen als None. Denn dann macht Librosa alles für uns intern. Und wir sehen hier auch, es geht weiter mit der Window-Length None. Und dann wird das Window automatisch auf Hanning gesetzt. Ja, auf Han. Und das macht quasi alles automatisch für uns. Das heißt, hier müssen wir gar nichts mehr selber machen. Wir müssen einfach nur angeben. Librosa.stft. Und das speichern wir jetzt als Fourier. So, und ja, natürlich müssen wir das wie letztes Mal auch noch kurz mit Apps machen. Das heißt, wir wollen hier das Absolute draus bauen. Das heißt, wir wollen nur die positiven Zahlen haben. Bei Fourier-Transformationen, danach sollte es immer positiv sein. Und ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Und das ist das Krasse daran. Wir sind schon durch mit dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir müssen quasi den ganzen Kram hier nicht mehr machen. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, wie es im Detail innen drin aussieht, dann, oh ja, ich sollte vielleicht noch angeben, was ich plotten möchte. Dann würde ich euch wirklich empfehlen, euch mal den Code durchzulesen. Der ist sehr, sehr ordentlich und sehr angenehm zu lesen. Und, na, come on. Oh ja, ich sollte vielleicht noch plt.show unten drunter schreiben. Und dann starten wir das Ding mal. So, und wir sehen, dass wir nichts sehen. Doch, jetzt ist es da. Wunderbar. Und, ja, wir sehen hier immer noch nicht wirklich viel, weil hier am Anfang halt nicht wirklich was gesagt wurde. Das heißt, wir haben hier eigentlich nicht wirklich irgendwas zu zeigen. Wenn wir das jetzt allerdings schließen und vielleicht die Fourier... Wenn wir jetzt hingehen und wir löschen das hier hinten dran, also quasi, dass wir sagen, wir wollen auf den kompletten Daten eine Short-Time-Fourier-Transformation haben, dann sieht das Ganze... Wo ist das? Ah, da ist die Grafik. Dann sieht das Ganze so aus. Und, ja, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Wir können hier auch mal hergehen und tatsächlich bis 2048 gehen. Mit N. Und dann sieht man das noch ein kleines bisschen besser. So. So. Ja, und hier sehen wir eigentlich schon relativ viel, dass wir eigentlich sehr viele verschiedene Fourier-Transformationen haben. Also wir sehen an diesen ganzen Farben, wo die alle eigentlich aufgebaut sind. Und das ist ziemlich cool eigentlich, weil das so direkt für uns gemacht wurde. Ähm, eigentlich sehr angenehm. Okay. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel, was wir da sehen können, weil so viele Grafiken quasi aufeinander liegen. Dann wird es irgendwann unübersichtlich. Deswegen gehen wir jetzt hier in die Spektralübersicht, ähm, oder in die Spektralansicht über. Ähm, und ich finde das relativ angenehm hier gemacht, weil man hier tatsächlich sogar direkt was machen kann. Librosa.Display, ah, das muss ich neu importieren. Ups. Import Librosa.Display. So. Display.SpecShow heißt das ganze Teilchen. Und, ja, selbstverständlich geben wir hier wieder unsere Fourier rein. Wir geben die Sample Rate rein. Äh, SR ist gleich Sample Rate. Ich habe sie, glaube ich, hier auch SR genannt. Genau. Und, ähm, dann sagen wir hier X-Achse ist gleich, äh, Time. Und auf der Y-Achse wollen wir das Ganze. Achtung, und jetzt können wir uns hier aussuchen, was wir eigentlich haben wollen. Ob wir es logarithmisch haben wollen oder linear. Ich mache jetzt hier mal linear rein. Und dann schauen wir uns mal an, wie das ganze Teilchen aussieht. Ähm, so ein PLT.shop brauche ich, glaube ich, hier trotzdem. Okay. Und, ja, wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir, wo hier die ganze Energie quasi drin liegt. Also, wir haben uns quasi unser eigenes Spektrum erstellt. Und natürlich, oben drin ist relativ wenig von diesem Spektrum, ja. Da sieht man noch ganz, ganz leicht. Ich weiß nicht mal, ob ihr das erkennen könnt. Ich kann es kaum erkennen. Ähm, ich mache das mal ein bisschen größer hier. So, jetzt kann man es vielleicht ein kleines bisschen erkennen. Hier oben ist ein bisschen Schmieren noch. Und hier unten ist hauptsächlich das Zeug. Und eigentlich bei Sprache, und das wissen wir ja schon, ist in diesem Bereich so zwischen 0 und 2000 Hertz quasi alles, ja. Bei 2000 Hertz hört es auf, dann haben wir quasi keine relevanten Informationen mehr. Und das ist der Grund, warum wir eigentlich hier relativ viel wegfiltern können. So. Dementsprechend sagen wir auch, wir wollen hier, und das habe ich euch auch schon gezeigt in der Theorie, wir wollen hier das Ganze logarithmisch darstellen. Äh, ich sollte das vielleicht schließen, sonst funktioniert das nicht so gut. Wir wollen das logarithmisch darstellen. Das bringt uns schon mal einiges hier. Und sieht dann so aus. Und dann sind wir hier plötzlich schon bei, also 0, 64, 128, und ihr seht, wie viel mehr das dann wird. Und jetzt sehen wir hier schon ordentliche Schmieren so ein bisschen. Das ist schon ziemlich interessant so. Ähm, auf der anderen Seite immer noch nicht wirklich gut, weil wir natürlich hier noch ein bisschen mehr haben wollen würden. Ähm, und noch ein bisschen deutlicher alles haben wollen. Ähm, und deswegen sagen wir hier, wir wollen die Farben ein bisschen stärker haben, bitte. Und sozusagen auch die Farben logarithmisch darstellen. Und das können wir sogar tatsächlich tun. Also, ihr seht, nochmal ganz kurz hier den Plot aufrufen. Die Farben sind jetzt aktuell relativ schwach, ja. Und das ist quasi das Stärkste, was wir hier haben. Aber wir haben ja auch noch hier sehr, sehr viele schwache Farben. Und wir würden gerne die schwachen Farben ein bisschen stärker darstellen und die starken Farben halt nicht ganz so stark. So, und das Ding nennt sich quasi dann Dezibel. Ja, ähm, also nicht ganz, aber ungefähr in diese Richtung geht das. Ähm, und ja, deswegen sagen wir hier Fourier Transformed von mir aus ist gleich Librosa Punkt Amplitude to Dezibel. So, ähm, und da packen wir Fourier rein und wir sagen, ähm, als Referenz sagen wir nicht 1,0, sondern NP.max, ja. Quasi die maximale Zahl, die man so finden kann. So, und wenn wir das jetzt uns angucken, sieht's immer noch gleich aus, weil ich natürlich vergessen hab, hier das Ganze zu ändern in Fourier Transformed. Es tut mir leid. So. Na komm. Gut, jetzt sieht das Ganze schon deutlich besser aus und jetzt können wir hier auch wirklich einiges erkennen, wo wie viel Energie drin steckt. Und das ist auch das, was normalerweise Audacity etc. machen. Man sagt hier tatsächlich, wo steckt eigentlich wie viel Energie drin, indem man das Ganze auch in Dezibel angibt und nicht wirklich in absoluter Lautstärke. Und das ist schon ziemlich angenehm so. Ejo, hat das grad verschmiert? Okay, ähm, ja. Und so passt das eigentlich ganz gut. So können wir relativ genau sehen, wo eigentlich welche Formanten wirklich stark sind. Und ja, jetzt sind wir schon relativ weit. Und ihr seht jetzt auch, warum ich euch das Ganze mit der Librosa zeige, weil wir sind schon wieder 11 Minuten drin und das Ganze selber zu coden, bis zu dieser Zeile hier, hat schon wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also ihr versteht, glaube ich, warum ich euch nicht noch mehr, ähm, Code antun möchte. Okay, wenn wir jetzt hier noch weitergehen und sogar noch die Mail-Filter drauf haben wollen, dann können wir das auch machen. Und zwar sagen wir dann einfach ganz easy, ähm, ich mach das jetzt hier mal davor. Wir können hier einfach sagen, Mail ist gleich Librosa, äh, Librosa, ähm, Punktfilters, Punkt, Mail. So. Und, ähm, ja, jetzt können wir hier einfach die Sample Rate, SR ist gleich SR sagen und NFFT ist gleich N und, ähm, Number of Mails, N Mails heißt das, können wir setzen auf was auch immer wir wollen. Ich glaube, wir hatten mal, nee, wir hatten 18, glaube ich, mal festgelegt gehabt. Lasst uns mal 18 machen. Aber diese 18 sind erstmal nicht fest und diese Implementierung, die macht das quasi alles komplett für euch. Und das heißt, ihr könnt das Ding natürlich auch jetzt euch anzeigen lassen, indem ich hier einfach das Mail angeben. So. Und im Endeffekt ist das ja nichts anderes als eine Transformation, die euch nochmal zusätzlich das hier gibt. Okay, das war vielleicht nicht die richtige Grafik. Wobei, eigentlich ist es sogar die richtige Grafik, weil man hier schön sehen kann, was genau eigentlich so passiert. Also, es ist nicht unbedingt die Zeit und die Herz, äh, wobei doch die Herz sind sogar. Ähm, es zeigt relativ schön, wie stark es hier oben verschmiert, während unten ist wirklich eine schöne, genaue Aufschlüsselung von den jeweiligen Frequenzen. Und ja, natürlich sind wir hier noch nicht am Ende. Das ist jetzt einfach nur quasi Mail. Wir haben ja hier nicht wirklich den Mail auf irgendwas angewandt, aber das funktioniert in Librosa noch ein bisschen einfacher. Wenn ihr nämlich das Mail-Spektrogramm haben wollt, also nicht einfach nur die Mail-Filter haben wollt, die ihr übrigens natürlich auch verwenden könnt, aber ich würde euch empfehlen, einfach direkt zu sagen, ihr wollt das Mail-Spektrogramm haben, denn das macht quasi alles direkt einfach so für euch. Ähm, und ja, hier könnt ihr tatsächlich hergehen, einfach Librosa.feature.Mail-Spektrogramm sagen und dann dort tatsächlich, es ist wirklich schon fast langweilig, aber die Daten reinpacken. Fertig. Und ja, die Daten, dann die Sample Rate. Gut, natürlich, die Sample Rate muss erst mal auf SR gesetzt werden. Die ist standardmäßig wahrscheinlich falsch. Ähm, dann können wir hier noch ein paar mehr Informationen angeben, müssen wir aber hier nicht machen. Ähm, und ja, das passt eigentlich soweit. Also das heißt, wir sind hier wirklich schon fertig, wenn wir einfach nur diese beiden Dinge sagen. Und wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir hier, und übrigens, diese Fourier-Transformation ist quasi noch nicht mal mehr da. Ah, okay, wir haben es jetzt natürlich nicht mehr in die Amplitude konvertiert. Das sollten wir noch tun. Ähm, Mail ist gleich, ähm, Librosa Amplitude2db. Und hier wollen wir natürlich Fourier, äh, Quatsch, nicht Fourier, ähm, Mail-Bäume, die wir hier drin haben. Und Referenz ist gleich np.max. So. So. Und jetzt sehen wir hier, was bei den Mail-Dingern passiert. Das ist im Endeffekt noch ein bisschen mehr verschmiert, als davor. Ah, und genau genommen muss ich hier noch ein kleines bisschen was anpassen, und zwar hier nicht die Amplitude dieses Mal, sondern die Power. Dafür haben wir letztes Mal die Power auch aufgestellt, ähm, und ja, jetzt müssen wir hier das noch nicht mal mehr als Logarithmus machen, sondern hier als Mail einstellen. Das gibt es nämlich hier auch. Und, äh, ja, beschwert durch Rüchte, dass ich Mail die ganze Zeit falsch ausspreche. Ich weiß genau, dass es, dass es falsch ist. So, jetzt sieht das besser aus. Ähm, und genau so wollen wir das eigentlich haben. So sieht es ziemlich, ziemlich gut aus, muss ich sagen. Und damit können wir wirklich was anfangen. Ja, und so leicht kann man in Python eigentlich die Sachen brechen. Also ich meine, das, was wir jetzt hier haben, ist wirklich kurzer Code. Ja, wir brauchen hier noch nicht mal den Import von... Wieso brauchen wir den Import nicht? Den Import brauchen wir definitiv. Das hat es nur irgendwie nicht richtig erkannt. Okay, ähm, aber was wir hier definitiv haben ist, wir brauchen das hier eigentlich nicht mal, sondern wir wollen ja eigentlich bloß mit den eigentlichen Werten weiterrechnen. Ähm, und die Fourier-Transformation braucht man eigentlich nicht mal hier. Äh, die Number, das N brauchen wir eigentlich auch nicht. So, um genau zu sein, ist das schon das komplette Mail-Spektrogramm, wenn wir das wollen. Und das hier brauchen wir auch nicht, weil wir hier quasi einfach nur, ähm, das Ganze anzeigen lassen. So, und das ist jetzt natürlich unfassbar angenehm, okay? Ich mache das jetzt trotzdem wieder her, der Vollständigkeit halber, falls es jemand noch schreiben möchte. Aber das sind halt wirklich sehr, sehr schnell generiert und sehr leicht generierte Werte. Die wir uns dann angucken können und mit denen wir weiterarbeiten können. Ich mache das jetzt hier schon mal zu. Und hier sehen wir dann, okay, das ist auch wieder ein zweidimensionales Array, mit dem wir dann auch wirklich was machen können. Das sind sozusagen die Mail-Werte von unseren eigentlichen Audio-Dateien. Oder von unserer eigentlichen Audio-Datei. Ähm, und natürlich gibt es noch mehr Funktionen in dieser Librosa, aber im Endeffekt sind das die Werte, die ihr jetzt einfach direkt in irgendwelche KIs oder sowas reinstecken könnt. Also wirklich nach zwei Zeilen Code, nach dem Einlesen von den Daten, könnt ihr diese Dinger in eure KI reinstecken und dann schon euer Machine Learning starten. Und das ist schon ziemlich geil. Und das können wir uns mal aufheben für ein kleines Seitenprojekt. Mal gucken, ob wir das machen können. Und vielleicht, ja, kann man da durchaus was damit machen. Vielleicht schreiben wir bei uns auch einfach was Kleineres, Primitiveres. Mal gucken, vielleicht machen wir das sogar im nächsten Video schon. Okay, dann war es das von meiner Seite. Erstmal, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.